Als erste feste Einrichtung der jüdischen Gemeinde ist 1751 dieser Friedhof hinter uns eingeweiht worden, der heute als alter jüdischer Friedhof in der Dresdner Neustadt bekannt ist. Was Hamburg ist jetzt bekannt für die Trading mit Schokolade, mit Zucker, mit Koffee, ist eigentlich etwas, das die Sephardi haben. Alles erzählt uns eine Geschichte, das war die sehr prospere Population in Nobisat. Wir sind jetzt auf Scherocka Street in Kazimierz, Krakow, Polen. Eine der best-preservierten Jewish Quarters in Central Europe. Jews in der Griech-State settled in Athens in den 1830s, mit dem Bavarian King Otto. Wir sind jetzt in front der Mileticheva Street, einer der Pläste von massen Köttingen von innocenten Zivilisten während der Zweckste Weltkrieg. Der Holocaust ist eine große Teil der Identität der jüdischen Gemeinden. Was ich versuche, ist die Beziehung zwischen dem Vergangenen, dem Vergangenen und dem Vergangenen. Und dadurch die beiden Herzen, die griechischen und die jüdischen. Antisemitismus war nie wirklich weg. Das muss man vorausschicken. Und er hat jetzt zugenommen von Jahr zu Jahr. Das meiste ist im Bereich Volksverhetzung, antisemitische Beschimpfung im Internet. Antisemitismus ist nicht rational. Antisemitismus ist etwas illogisches. Da gibt es viele sehr spezifische Gäste, die ich mache. Eine ist, dass die Leute wissen, über die Jewish-Kultur, aber auch über die Jewish-Kulturs. Und auch, dass sie über die Holocaust-Religion-Israeli gehen. Weil ich denke, das ist das, was die Leute sehen, die Jews als. Aber das ist nicht das, was wir uns selbst als sehen. Hier ist ein Horsfall, hier ist ein Woodstone. Hier sind die Leute, die die Schmerzen und die Zähne und die Zähne und die Zähne und die Zähne. Und die Zähne und die Zähne und die Zähne und die Zähne und die Zähne. Und die Zähne 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 und die Zähne. Aber eine Sache bringt sie zusammen. Es macht sie eine Community. Tradition. www.s verses 2 www.suckeracaks-ập-r presentation. ETC Vielen Dank.